Wir sind Sarah und Alex und wir werden die nächsten Monate durch Schweden reisen. Dafür haben wir unsere Wohnung gekündigt, uns ein winterfestes Auto zugelegt und ein One-Way-Fair-Ticket nach Schweden gekauft. Nachdem wir unsere sieben Sachen gepackt haben, sind wir jetzt bereit für das Abenteuer unseres Lebens. Guten Morgen Freunde! Es ist jetzt 7 Uhr, wir haben gestern noch bis um 11 Uhr gepackt und heute ist der Tag gekommen, wo es losgeht nach Schweden. Ich habe gerade noch gemischte Gefühle, weil wir haben das jetzt so lange geplant und irgendwie bin ich sehr aufgeregt und auch ein bisschen traurig, mich jetzt gleich von der Familie zu verabschieden. Aber ich freue mich auch sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Wie geht es Ihnen am Tag der Abreise? Mir geht es gut, es ist ein bisschen kalt, hier zieht es kühl rein. Bisschen kalt am Po, ne? Ja, ein bisschen kalt am Po. Glaubst du mal ja auch? Da muss ich noch mal zeigen. Noch schnelles Auto eingeräumt und dann können wir auch schon los. Im kurzen Teil vor allem versuchen, Alex zu überreden, dass wir umdrehen können. Wir drehen aber nicht um, das wird eine schöne Zeit. Ja, aber es ist das Gefühl, wenn man es so lange plant und dann ist der Moment gekommen und dann würde man am liebsten ein Rückzug machen. Macht man natürlich nicht, weil dann wird es ja cool. Aber an dieser Schwelle zwischen Freude und Trauer befinde ich mich gerade. Ja, und ich habe es noch nicht überrissen und ich denke mir so, ja, jetzt fahren wir halt los. Und dann fahren wir und dann fahren wir und dann sind wir irgendwann in Schweden und dann so, wir sind in Schweden. Und dann sitzt der Alex im Auto im Bein und ich sage es ihm, jetzt reiß dich aber mal zusammen, du weißt ein. Kleine Mittagspause. Ich hätte gerne eine Leberkasse, wenn man muss ich sagen. Wollen wir nicht. Und schau es. Na super. Ganze Reise am Arsch. Ja, willkommen bei den Allerweltsaffen. Ja, willkommen bei den Allerweltsaffen. Getankt. Weiter geht's. Angekommen in Vostok. Wir sind halt den ganzen Tag Auto gefahren. Es war aber sehr schön, weil die Straßen waren komplett frei und wir sind durchgerauscht mit Temporat. Und jetzt sind wir in unserer Airbnb Wohnung und haben uns gerade eine leckere. Nach Allerweltsaffenart haben wir uns erstmal eine Pizza bestellt. Dreschen wir uns jetzt rein und dann wird es Zeit für die Bettruhe, weil morgen geht es auf die Fähre. Und dann geht es los. Und dann sind wir in Schweden. Cheers. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach so, jetzt geht es schon los. Ja, natürlich geht es jetzt los. Guten Morgen, Freunde. Der Tag der Abreise, also der finalen Abreise nach Schweden ist gekommen. Und ich fühle mich heute psychisch gefestigt und bereit, dieses Abenteuer zu meistern. Unsere Fähre geht um Viertel vor zwölf. Das heißt, jetzt ist es kurz vor zehn. Wir haben noch knapp zwei Stunden. Eine Stunde vorher sollen wir beim Terminal sein, um abzuheben. Und jetzt geht es bei der Tschüss-Wena-Line, die ist nur 15. Okay. In den Kreisverkehr und einmal nach Innsbrucker, ja? Okay. Danke schön. Schönen Tag. Tschüss. Danke. Danke. Spannend. Wenn ihr nach Schweden fahrt, dann könnt ihr das entweder quasi über Dänemark, über die Brücken machen oder mit der Fähre. Kurzes Hallo aus dem Schnitt. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, als wir nach Schweden eingereist sind, gab es keinerlei Einschränkungen. Es gab keinen PCR-Test. Man musste sich nicht digital anmelden. Was weiß ich. Es gab einfach nur eine Ausweiskontrolle und das war's. Das kann natürlich zum Zeitpunkt, wo ihr einreist, wieder komplett anders und nicht ganz so schön entspannt sein. Aber informiert euch da vorher einfach selber und schaut, wie die Lage ist. Schweden hat allerdings gerade die Grenzen zu Dänemark zugemacht. Das heißt, wir fahren jetzt von Rostock nach Trelleborg mit Stennerlein. Und das Ganze bedeutet sechs Stunden auf dem offenen Meer. Ich hoffe auf eine ruhige Überfahrt. Ich fühle mich wie bei Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Es müssen nur noch jetzt so Schnittbilder kommen und drüber so ein Voice-Over. Und das junge Pärchen zieht auf in eine glückliche Zukunft. Doch wird wirklich alles zukommen, wie sie es sich vorstellen. Schaut sie nächste Woche wieder ein bei Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Apropos auswandern, Freunde. Warum gehen wir zwei überhaupt jetzt gerade nach Schweden? Für uns ist es so, es war einfach Zeit für einen Tapetenwechsel. Und zwar dringend. Wir wollen einfach mal wieder mit eigenen Augen sehen, wie ist es gerade wirklich in anderen Ländern. Einfach mal wieder eine andere Mentalität erleben und einfach neue Erfahrungen machen. Und deswegen sind wir quasi One-Way-Ticket nach Schweden unterwegs. Wir wissen noch nicht, wann es zurückgeht. Vielleicht bleiben wir ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Wir werden sehen, wir lassen es auf uns zukommen. Der vorläufige Plan sieht so aus. Wir kommen jetzt dann an in Trelleburg. Und dann fahren wir so die Woche über noch ganz nach oben nach Kirona. Und dort bleiben wir dann jeweils an einer Unterkunft für zwei bis vier Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Um die Leute und eben die Natur zu sehen und wie es sich anfühlt, dort zu sein. Wir wollen nicht einfach nur Urlaub machen. Wir wollen Schweden als Land erleben. Und ja, wir sitzen auf der Fähre. Es sind bestimmt noch so über fünf Stunden Fahrt. Ich spüre eine leichte, unterschwellige Übelkeit. Aber wird schon. Aber die Sonne scheint. Und wir freuen uns auch. Wir freuen uns. Jetzt wird erstmal gegessen. Pizza von gestern. Wir sind angekommen. Und zwar sogar eine Viertelstunde eher als gedacht. Da freut sich der Deutsche, gell? Wenn die Fähre pünktlich ist. Da steht er. Wir sind in Schweden. Hey, Sverige. Sverige. Du musst es ein bisschen mit so einem Sing sagen. Sverige. Hey, Sverige. Das ist doch schon wieder dilettantisch, was wir hier machen. Warum denn? Ja, weil du keine Ahnung von Aussprache hast. Sehr wohl. Und Google auch keine Ahnung hat. Achtung, ich erzähle euch jetzt mal, was heißt. Wir fahren nach Schweden. Viskor. Die Sverige. Ja, kann hinter Brata Svenska. Ach, da macht man sich gleich sympathisch, wenn man hier ankommt. Ja, hallo. Ja, wir sprechen die Sprache. Hey, Sverige. Wir sind jetzt 150 Meter von der Fähre runtergefahren und stehen seit gut 10 Minuten, 15 Minuten jetzt hier im Stau. Und wir haben keine Ahnung warum, aber wir sind ja vorbereitet und wir schauen einfach weiter. Ja, sehe ich hier. Mach mal einfach. Mach mal einfach. Kann man mal machen. Hier we go. Press the button. Play. Do it. Jawoll. Hallo. This is Jennert. Ja? I would like to order something. I would like to have a lasagna. How long will it take? It will take about 10 Minuten. 10 Minuten? Alright. Thank you very much. Herzlich willkommen in unserer wunderschönen ersten Unterkunft in Schweden. und der erste Eindruck ist sehr gelungen. Kommt rein. Ich zeige es euch. First Stop. Das Wohnzimmer. Klassisch, schlicht, skandinavisch. Ein Traum. Und hier das Schlafzimmer. Ich wollte zeigen, wie gelenkig ich bin, aber es sah gar nicht so gelenkig aus, glaube ich. Und zu guter Letzt in unserem kleinen Garten-Pavillon das wunderschöne Bad. Wir sind angekommen, es war alles schön warm, geheizt und wir fühlen uns sehr wohl, aber was fehlt? Essen? Essen. Geschafft. Wir sind in Schweden und wir haben unser Essen organisiert. Besser kann es nicht laufen. Nein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da und dann geht es nächste Woche auch schon weiter mit unserer wunderschönen Reise. Ja. Oder? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Mal sehen, wo es uns hintreibt. Ja. Dann macht es gut, Freunde. Peace out.